Herzlich Willkommen bei Ida im Liederkasten. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr euch heute ein Piratenschiff bauen. Drückt dazu jetzt einfach einmal auf Pause und dann sehen wir uns gleich an Deck. Was braucht man denn so alles als Pirat? Eine Augenklappe. Alle machen mit. Dann braucht man einen Piratenhut. Und alle machen mit. Man braucht vielleicht einen Papageien. Und man braucht ein Fernrohr. Habt ihr die da auch gesehen? Da war ein anderes Schiff. Ich weiß, man braucht auch noch einen Säbel. Pass bloß auf. Es war einmal ein Segelschiff. Das war noch niemals auf der See. Der Kapitän macht einen Pfiff. Da gehen die Segel in die Höhe. Es kommt der flinke Mittagswind. Der läuft so übers Meer geschwind. Er spitzt den Mund und bläst es an. Und jetzt machen alle mit. Es war einmal ein Segelschiff. Das war noch niemals auf der See. Der Kapitän macht einen Pfiff. Der Kapitän macht einen Pfiff. Da gehen die Segel in die Höhe. Es kommt der flinke Mittagswind. Der läuft so übers Meer geschwind. Er spitzt den Mund und bläst es an. Dass mein Schiffchen fahren kann. Wir haben hier heute noch etwas an Bord. Nämlich ein Schifferklavier. An Land sagen die Leute dazu Akkordeon. Hejo, hejo. Alle Kinder hier an Bord. Setz Pointy her, kf ㅍ tá spot. Tempäck für den Baum. Hejo, hejo. So va'm yourOh! Hei-oh, hei-oh, alle Kinder heranlohn, setzt diese Gekattestau. Hei-oh, hei-oh. Hei-oh, hei-oh, alle Kinder heranlohn, setzt diese Gekattestau. Hei-oh, 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 ich singe vor und ihr singt nach. Hei-oh, 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 alle Kinder heranlohn, haben Kinder heranlohn, setzt diese Gekattestau. Hei-oh, 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 hei-oh. Alle Kinder heranlohn, setzt diese Gekattestau. Hei-oh, 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 hei-oh. Hei-oh, 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 alle Kinder heranlohn, setzt diese Gekattestau. Hei-oh, 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 hei-oh. Alle Kinder heranlohn, setzt diese Gekattestau. Hei-oh, hei-oh, hei-oh. Wir fahren übers weite Meer. Hei-oh, 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 hei-oh. Und schaukeln hin und schaukeln her. Hei-oh, 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 hei-oh. Wir suchen den Piratenschatz. Hei-oh, 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 hei-oh. Doch keiner kennt den rechten Platz. Hei-oh, 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 hei-oh. Und so fährt unser Schiff im Kreis. Hei-oh, 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 hei-oh. Der Käpt'n keinen Ausweg weiß. Hei-oh, 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 hei-oh. Vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht, mir einen Daumen zu hinterlassen. Tschüss!